Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 258. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Das ist so ein bisschen ÖPNV Woche bei mir. Ich war viel unterwegs mit Zügen in Schleswig-Holstein und gerade heute auch wieder. Ich hatte mich mit meiner lieben Freundin Frau U getroffen in Flensburg und habe da übernachtet, weil wir ein bisschen Bier getrunken haben und ich ohnehin kein Auto gehabt hätte. Und dann habe ich in meiner Navität gedacht, Mensch, na klar, dann nehme ich dann am nächsten Tag einfach den Schnellbus, der von Flensburg nach Husum nahezu durchfährt und innerhalb von einer Stunde Zopp und Zopp verbindet. Das fährt super, stellt sich raus, das Misting fährt gar nicht am Wochenende. Und dann bin ich also heute mit dem Bus von Flensburg nach Nebel gefahren. Das dauert eine Stunde und dort dann umgestiegen in den Zug, der von Westerland kommend Richtung Altona fährt und habe da dann noch eine halbe Stunde gesessen. Das war ein bisschen anstrengend, aber es war zumindest, ja, lief das alles planmäßig und planbar. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Was nicht planbar war, war am vergangenen Montag, also, ach, müsst ihr selber ausrechnen, Aufzeichnungstag und Veröffentlichungstag ist der 23. Februar 2020. Und ich hatte einen Termin in Kiel und bin also um, weiß ich nicht, halb acht oder was, kurz nach halb acht losgefahren. Und ich habe ja ständig irgendwie dann Twitter offen während der Zugfahrt und bin auch immer noch auf der Suche nach einer Twitter-App, die ich geil finde. Ich werde, es wird darauf hinauslaufen, dass ich wieder zu Tweetcaster zurückwechsel und reumütig dort wieder alle meine Konten einrichte. Es hilft ja nichts. Komme ich aber später vielleicht noch drauf, wenn ich gleich dran denke. Also, ich hatte einen Termin in Kiel, bin losgefahren um kurz nach halb acht und sehe in der Twitter-App vom Twitter-Account DB Regio Stellwerkstörung in Aufschlag. Und das ist ein, ja, ich will nicht sagen Drehkreuz für Bahnverkehr, aber ist es eigentlich schon. Also, denn neben der Strecke Husum-Kiel ist da eben auch die Strecke Flensburg-Hamburg betroffen. Und so sind dann doch einige Leute gestrandet. Züge aus Husum fielen ab Jübeck aus und die Züge aus dem Norden dann ab Schleswig. Und da war dann also ein Bus-Ersatzverkehr eingesetzt oder angekündigt. Das ist ja auch immer so eine Sache. Also, es kam dann eben schon bei Twitter. Wir wussten also, ich wusste 20 Minuten, bevor wir da ankommen würden, okay, da geht es nicht weiter. Und da ist irgendwie, es wird wahrscheinlich auf den Schienenersatzverkehr irgendwie hinauslaufen. Ja, und da merkt man halt wieder, was ich halt so furchtbar schade finde, dieses große Problem an zurückgebauter Infrastruktur der Bahn, das nervt ganz furchtbar. Du hast halt in einem Ort wie Jübeck, da ist halt nichts. Da ist kein Kaffee, da ist keine Möglichkeit, sich unterzustellen, außer da beim Fahrradschuppen irgendwie so ein kleines Schleppdach. Ist aber mit 30 Leuten auch nicht so angenehm. Also stehst du dann halt draußen bei Regen und Wind. Also, das könnte sich lohnen, da einen Kiosk aufzumachen. Der schon morgens irgendwie geöffnet hat, zumindest so lange, bis dann gegen Mittag die Imbissbude aufmacht. So könnte man das sich vielleicht abwechseln und dann lohnt es sich unter Umständen. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall standen wir dann da, was auch nervt. Also, es gibt da kein Bahnhofsgebäude, um das nochmal deutlich zu sagen. Das alte Bahnhofsgebäude ist verkauft. Und der eigentliche Bahnverkehr, der eigentliche Bahnsteig ist dann so ein paar hundert Meter davon weg versetzt worden, damit eben nicht bei diesem Privatmenschen, der das Bahnhofsgebäude gekauft hat, die Leute auf der Terrasse sitzen. Und da ist halt sonst weiter nichts. Da sind keine Durchsagen mehr möglich. Die Anzeigentafel ist missverständlich. Also, da steht dann irgendwie, da ist halt auch nicht so wie in großen Bahnhöfen so ein LCD-Display, sondern es ist halt einfach so eine LED-Laufschrift, die dann irgendwie, du stehst halt irgendwie zwei Minuten davor und wartest, bis das alles durchgelaufen ist, dieser Text. Und da stand dann drin, ungelogen, ich habe mir das wirklich aufgeschrieben, Regionalexpress 7 nach Hamburg Hauptbahnhof, heute ohne Halt in Rendsburg, Neumünster, Elmshorn, Hamburg-Dammtor und Hamburg-Hauptbahnhof. Also, sprich, der Zug fährt von Jübeck nur noch weiter bis Schleswig und fährt dann wieder zurück. Aber weil da halt Regionalexpress 7 Hamburg Hauptbahnhof auf dem Zug stand und auch auf der Anzeigentafel eben drauf stand, Regionalexpress 7 nach Hamburg Hauptbahnhof, sind da ungefähr alle Fahrgäste eingestiegen. Und dann kam irgendwann der Bus, so, sagen wir mal, zehn Minuten später. Und ich war dann der Einzige, der da noch stand. Und der Busfahrer auch so, hä, bist du jetzt der Einzige hier? So, ja, wir sind alle nach Hamburg gefahren, also mit dem anderen Zug gefahren. Und er sagte, ja, dann sehen wir die ja gleich wieder in Schleswig. Und so war es dann auch tatsächlich. Also, sind ein bisschen über Land gecruist und stehen dann und waren noch nicht, wir waren irgendwie 20 Meter von der Bushaltestelle entfernt. Dann rannten schon die Ersten auf den Bus zu. Und der Fahrer hat dann irgendwie angehalten, ist rausgesprintet und hat mit einem akrobatischen Akt es noch geschafft, also gleichzeitig den Bus zu verlassen und eine der Kofferraumklappen zu öffnen, dass die Leute ihr Gepäck da drin verstauen konnten. Die waren offensichtlich erfahren genug, dass sie das auch schon gemacht haben. Und da war dann aber der Bus auch wirklich voll. Und wir hatten noch mindestens zwei Stationen voller Pendler vor uns, bis wir in Rendsburg ankommen sollten, wo wir dann wieder in den normal laufenden Zugbetrieb einsteigen konnten. Naja, also um es kurz zu machen, planmäßig wäre ich um neun in Kiel gewesen. Mein Termin dort hat um halb zehn begonnen. Angekommen bin ich um zehn Uhr vierzig. Das war relativ unkritisch, weil ich früh Bescheid sagen konnte und es auch in Anführungszeichen nur eine interne Fortbildung war. Deswegen, die haben einfach ohne mich angefangen und ich bin dann später dazu gestoßen. Und das Schöne ist, dass ich jetzt also dann 50 Prozent Erstattung bekomme von der Bahn für die Verspätung. Dafür vielen, vielen Dank. Läuft. Und wo wir gerade beim Thema Bahn waren, die hat mich nämlich noch weiter beschäftigt am Tag drauf. Das musste dann der Dienstag gewesen sein. Kam ich morgens ins Büro und hatte eigentlich fest vor, das ist heute mein Projekt. So damit, dass ich habe irgendwas zu tun. Vielleicht war es auch Mittwoch. Ich weiß das nicht. Ist auch scheißegal. Irgendwann diese Woche jedenfalls. Und da hieß es irgendwie so, ja, wir brauchen jemanden, der nach St. Michaeliston fahren kann. Ist auch geil, so wie ich in der letzten Folge Döner gedroppt habe. Droppe ich jetzt norddeutsche Ortsnamen. Ist auch großartig. So, also ich sollte nach St. Michaeliston, weil dort die Bahn entlang der, also die deutsche Bahn hat entlang der Bahnstrecke Gehölz zurückgeschnitten. Bäume, die Sturmschäden hatten oder nicht mehr so standfest waren, abgesägt. Und das wäre jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, wenn sie das nicht mit dem Hubschrauber ausgeflogen hätten. Und da sollten wir also hin und sollten davon berichten, weil das die Menschen interessiert. Wo die Bahn wiederum sagte, hä, das machen wir andauernd, aber halt nicht mit dem Hubschrauber, ihr Trottel. Naja gut, und sie hatten also dann kurzfristig zum Pressetermin eingeladen, der sollte um 10 losgehen. Und ich bin dann also mit einer Kollegin zusammen ins Auto gesprungen und wir sind hingefahren, weil nämlich die Anforderung nicht nur war, fürs Radio zu berichten, sondern auch Webvideos zu drehen und rüber zu schicken, dass die Kollegen schnell was auf der Seite haben, damit wir einfach im Rennen um das schnellste Bewegtbild gewinnen. Und es war zwar ein Kamerateam angekündigt, die konnten aber erst um 10 in Kiel losfahren und das war alles sehr, sehr aufregend. Ja, und da haben wir tatsächlich ein bisschen berichtet und das war halt, das war echt cool. Also muss man wirklich sagen, da ist halt, also die sind da seit zweieinhalb Wochen dabei, das vorzubereiten. Haben also schon die Bäume markiert, zum Teil irgendwie größere Äste abgeschnitten, in Paketen zusammengeschnürt und dann wirklich mit so sogenannten Schlupfen miteinander verbunden. Die kann man sich ungefähr vorstellen wie Spanngurte, aber ein Spanngurt ist das explizit nicht. Das wäre der falsche Begriff, aber so für das Bild im Kopf geht das. Und dann lag das halt da vorbereitet neben den Bahngleisen und dann kam eben jetzt der Tag, an dem wir da waren, war der dritte, an dem diese Aktion lief. Und dann ging es halt nur noch darum, fliegen, 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 weil so eine Flugstunde beim Hubschrauber echt viel Geld kostet. Ja, und dann waren halt zwei Mann am Boden, die den eingewiesen haben und die an so einen Haken, so ein langes Seil mit so einer Klinke unten dran, haben sie halt diese Schlupfen eingehangen. Und dann ist der durchgestartet, hat den Kram weggeflogen und also wirklich in einem Takt. Das ging wirklich Schlag auf Schlag. Die Jungs am Boden, die waren nur im Laufschritt beschäftigt. Und dann gab es eben auch so Sachen, wo sie dann noch Bäume abschneiden mussten und haben dann tatsächlich das so gemacht, dass sie jemanden im Baum hatten, der auf den gewartet hat. Der hat dann diese Schlupfe eingehangen und hat ihm halt ein Zeichen gegeben, okay, du kannst jetzt stramm ziehen das Seil. Dann hat er den Baum abgeschnitten und hat ihm signalisiert, okay, jetzt kannst du wegfliegen. Und dann hat er gleich diesen abgeschnittenen Baumstamm wegtransportiert. Also ein Wahnsinn. Ja, auch fliegerisch war das halt echt beeindruckend, sich anzugucken, was er da veranstaltet hat. Das war wirklich krass. Kann man nicht anders sagen. Also habe ich in der Form so auch noch nicht gesehen. Das war wirklich so die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten irgendwie. Naja, gut. Ich habe ansonsten noch zu vermelden, dass ich Gastauftritte absolviert habe in Fremd-Podcasts. Ich war zu Gast bei Ein Wolf liest Märchen. Das habe ich schon bei Twitter geteilt und auch in meine Gastauftritt-Kuration bei Füth reingestellt. Und ich war zu Gast bei den Jungs von Das Ach. Das ist ja das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Die machen das immer so, dass sie halt irgendwie ein Geschichtsthema aufbereiten. Und einer von den Jungs stellt den jeweils anderen beiden dieses Thema vor. Und die machen so ein bisschen Comedy, überlegen halt so, was kann da passiert sein? Wie könnten die sich vielleicht unterhalten haben damals und so weiter? Wirklich sehr hörenswert, macht riesen Spaß. Und zwischen diesen richtigen Folgen haben sie so als Bonus-Material so eine Art, wer bin ich? Jemand schreibt zehn Hinweise auf eine bereits verstorbene, prominente Person. Und die anderen müssen raten, wer es ist. Und sagen wir es mal so, also ich habe mich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Also beim Nachhören, die erste Folge von drei, die wir aufgenommen haben, ist schon online. Und das war fast ein bisschen peinlich. Also da waren so im Nachhören, denke ich mir, okay, also jetzt klar, kannte ich die Lösung natürlich schon, aber denke ich halt immer so, ich hätte darauf kommen müssen. Es wäre, es war eigentlich so offensichtlich, aber wie das manchmal ist, man ist so wie vernagelt. Und dann möchte ich euch noch dringend ans Herz legen, die aktuelle Folge vom Camping Caravan Podcast. Da haben wir mal ein bisschen ein anderes Thema behandelt, denn wir hatten jemanden zu Gast, der, ja, wir haben das beschrieben als Camper wider Willen. André Hoog war bei uns und der war, ich glaube, anderthalb Jahre oder zwei Jahre obdachlos und hat unter anderem in Berlin auf der Straße gelebt. Hat ganz schlimme Sachen erlebt, hat darüber auch einen achtteiligen Podcast produziert, zusammen mit dem Tagesspiegel. Und das ist echt harte Kost. Also horizont erweiternd, aber das ist auch nicht ganz leicht verdaulich. Und wir haben gesagt, Mensch, ja, es ist ja eigentlich auch zum Teil Camping, was er gemacht hat. Er hat ja mit dem Zelt unter einer Brücke geschlafen oder auch mal ohne. Da haben wir gesagt, dann laden wir ihn mal ein und reden mal mit ihm darüber, wie das so war. Und das war ein sehr, sehr gutes Gespräch, fand ich. Er hat sehr eindrucksvoll erzählt von seiner Zeit auf der Straße. Das war richtig cool. Das Feedback, was wir bisher darauf bekommen haben, ist einherndlich sehr, sehr positiv. Und vielleicht ist das ja spannend für den einen oder die andere, da mal reinzuhören. Kann ich auch dringend nur empfehlen. Dann kommen wir zum Schluss noch zu den tausend Fragen. Es gibt eine Liste, die jemand gestellt hat, tausend Fragen an dich selbst. Verlinke ich als PDF. Und ich habe, als ich das erste Mal mir überlegt habe, welche von diesen Fragen beantworten zu wollen, während der Aufzeichnung bei Twitter gefragt, nennt mir mal bitte Zahlen zwischen 0, zwischen 1 und 1000, um eben so eine Art Zufallsgenerator zu haben. Und es gab ganz viele Einsendungen. Viele Leute haben darauf geantwortet. Und ich lese immer so 2 bis 3 Antworten oder 2 bis 3 Fragen pro Episode vor. Und wenn die eingereichten Zahlen aufgebraucht sind, werde ich einen Zufallsgenerator einschalten, damit sich eben niemand eine Zahl wünscht, um rumzutrollen, in Anführungszeichen. Und der Disclaimer dazu, einige Antworten oder einige Fragen habe ich von vornherein ausgeschlossen auf dieser Liste, weil die mir zu persönlich sind. Wir fangen an. Wir sind angekommen bei Daniela. Die hat die Frage 8 eingereicht. Das ist auf der Liste, in welchem Punkt gleichst du deiner Mutter? Und das ist tatsächlich eine Frage, wo ich auch überlegt habe, ob das nicht zu persönlich ist, weil ich damit natürlich nicht ausschließlich über mich spreche. Also ich habe ganz viele Sachen, was so Kochen angeht oder so. Viele Küchenregeln, wenn du es so nennst, die habe ich von ihr übernommen. Und für mich ist das ganz befremdlich, wenn Leute in der Küche Dinge anders machen, als ich das so von ihr gelernt habe, ohne dass sie jetzt neben mir stand und gesagt hat, du musst das immer so machen. Ich habe halt früher schon gerne ihr in der Küche geholfen und habe mir da halt ein bisschen was abgucken können. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich, glaube ich, ihr relativ ähnlich bin. Unter anderem, die anderen gehen euch nichts an. Science2go hat 68,5 geschrieben. Also ab 68 durch 2 gewissermaßen. 34 ist also die Frage. Wie viel Geld hast du gerade auf deinem Bankkonto? Und das ist eine dieser Fragen, die ich wirklich vorher ausgeschlossen habe, weil das wirklich niemanden was angeht. Und dann nehmen wir noch als letzte Frage für heute die von Oliver, Nummer 11. Bis zu welchem Alter hast du an den Weihnachtsmann geglaubt? Und das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich nehme mal an, irgendwie so sieben oder acht vermutlich. Meine Eltern haben da nie so einen Riesen-Bohai um den Weihnachtsmann gemacht. Das war nie so ein, der Weihnachtsmann hat uns, also klar haben sie auch gesagt, der Weihnachtsmann war da und er hat Geschenke gebracht, blablabla. Aber ich glaube, wenn wir jetzt gesagt hätten, sag mal, gibt es den wirklich? Dann hätten die wahrscheinlich gesagt, nee. Also ich glaube nicht, dass sie uns angelogen hätten. Und wir hatten auch nur einmal einen Weihnachtsmann bei uns im Haus. Jemand, der kostümiert kam. Und der hat Nikolaus gespielt tatsächlich. Es war nicht der Weihnachtsmann. Ich weiß noch, dass mich das komplett irritiert hat. Also ich habe das schon eher geschnallt als mein Bruder. Und ich habe immer so gedacht, Mensch, irgendwoher kennst du den doch? Also weil ich stand halt, also der hat halt erkennbar so eine Plastikmaske vor dem Gesicht gehabt. Und ich konnte halt, also A, konnte ich erkennen, dass es eine Maske ist. Und B, habe ich halt die Fäden gesehen, mit denen sie hinter dem Kopf zusammengebunden waren. Und dachte, ja, okay, okay, der hat also eine Maske auf. Ja, war jetzt nicht so ein Riesenthema für mich. Aber ich habe dann überlegt, okay, aber wer ist denn das? Den kennst du doch. Und ich kam einfach nicht drauf, dass das halt ein Freund von meinen Eltern war, Wolfgang. So, und der hat das ganz super gemacht. Und wir haben dann irgendwie ein Gedicht aufgesagt. Und mein Vater hat wie immer eine Kohle in seinen Schuh bekommen, weil er die nicht ordentlich geputzt hatte. Und das war dann ein großes Hallo. Aber das war auch das einzige Mal. Ich glaube auch, dass mein Bruder da richtig Angst hatte. Wir waren dann noch relativ klein. Also ich denke, ich muss um die fünf gewesen sein. Und dass sie das danach dann nicht mehr gemacht haben. Ja, schöne Frage. Zwei habe ich noch in der Liste. Die würde ich dann jetzt auf die nächste Woche verschieben. Und damit bin ich dann durch für diese Episode. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis eine weitere Episode von Jörn Schaas für einem Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Woche. Tschüss, bis bald.